Gibt es irgendeinen japanischen Translator, der auch Deutsch kann? Hey Nuriaki, come on, let's talk German! Sprechen wir Deutsch! Warte mal, ganz kurz, total leise, bitte, ganz kurz, die Hochachtung für Nuriaki Kasai. Vielleicht schaffen wir es, ganz kurz, total leise, dass wir genau die wenigen Wörter, die er kann, verstehen. Ich mag Kulm! Okay, er mag Kulm, geben wir ihm das mal zurück, alle gemeinsam, ich mag Kulm! Ich mag Kulm! Ich mag Kulm! Ich mag Kulm! Hey Nuriaki, du sprichst ein bisschen Englisch? Ja! Ein bisschen, äh... Again, äh... What's going on right now in your stomach? To be the best of the best in the world right now! Ja, now my stomach is brown! So, I'm very happy! And, äh... Good, my, my day! You can be very happy! Hey, Goldi! Äh, normalerweise könnte man ja sagen, all die noch springen könnten schon deine Kinder sein. Beim Nuriaki tönen wir ein bisschen schwer! Ja, also... Respekt Nuriaki! 6. Juni 1972! 6th of June, 72 is his birthday! His 41 years old! Respekt! Er ist ein Vorbild, sag ich, für jeden Jugendlichen, für jeden Athleten, für jeden Sportler. Dass man einfach Durchhaltevermögen, Kampfgeist, sich Ziele setzt. Dann hat man den Erfolg und den Sieg und er ist heute voll vergönnt. Also, ich freu mich so mit ihm mit! Er hat alles erlebt! Er, er, hat alles Solomonft Meine draußen müssen mal glacier. Vielen Dank.